willkommen zu einer neuen folge von flo und benze ich bin der flo und in dieser episode 19 geht es um die frage wann ist arbeit ein zu viel an arbeit was sollte man tun wenn man das gefühl hat dass es einfach zu viel wird ich wünsche viel spaß bei dieser folge ja ich würde heute gerne mit einem thema anfangen was mir jetzt irgendwie in letzter zeit wieder persönlich sehr betroffen hat wo ich einfach immer wieder merke dass ich mir zu viel arbeit aufhalse und das äußert sich dann auf der einen seite natürlich in stress ist klar und auch in müdigkeit und große erkenntnis müdigkeit kann auch von zu viel arbeiten kommen und wo würde ich es noch merken ich würde es auch dann merken zum beispiel dass am ende der woche hast du viel viel gearbeitet und dann ist auf einmal vorbei die woche und du denkst du was habe ich jetzt eigentlich gemacht und du bist komplett erledigt bis komplett fertig und irgendwie so rückblickend ist nicht viel passiert was mich auch ein bisschen an das buch erinnert dass ich gelesen habe kann sich erinnern vielleicht über den essentialism wo auch davon viele punkte angesprochen hat und vielleicht noch sozusagen abschließend zur einleitung dass ich probiert habe natürlich einige sachen von dort aufzunehmen sprich stärker zu sein im nein sagen auf weniger projekte sich mich zu konzentrieren aber trotzdem merke ich dass es noch immer schwierig ist es stresst mich noch immer ziemlich her und ich habe das gefühl ich laden einfach viel zu viel auf und ja das wollte ich einfach heute mal mitbringen das thema und vielleicht finden wir für uns ein paar neue lösungen dazu ja ja ich finde ich finde es ist ein durchaus relevantes thema und ich würde das sogar noch mal um eins auf machen nämlich weil so wie du die sei jetzt mal grob die symptome beschrieben hast sind das glaube ich auch dinge die einem durchaus passieren können wenn man jetzt vielleicht im vergleich zu wenig unter anführungsstrichen arbeitet und ich würde das quasi mit der mit der idee verknüpfen dass es sinn macht wie quasi zu viel und zu wenig arbeiten auf das gleiche ergebnis hinaus kommen können weil ich mir nämlich gleich gedacht habe naja wie 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 kann man das denn eben managen oder wie wie also wir reden ja immer von reflektieren und wir reden immer von rahmensetzung und für mich ist dann natürlich immer die frage wie kann ich einen rahmen setzen bei dem ich merke dass irgendwas eben nicht passt und wir haben natürlich als rahmen so als wie tagebuch schreiben oder das journaling gesagt aber wo wir glaube ich auch nur ganz kurz mal gesprochen haben wo glaube ich sehr sehr viel davon in beide sachen hineinfließen kann ist einfach das eigene also wir haben vom wissensmanagement schon mal gesprochen aber ich glaube sowas wie to do listen oder dass das managen der eigenen arbeitsprozesse oder projekte und schritte ich glaube das ist ein ganz tricky gebiet weil das glaube ich eben in beide problemfelder hineinfließt weil wenn man seine projekte sag ich jetzt grob oder seine arbeitsprozesse nicht managt mit to do listen von mir sag ich jetzt quasi als ein beispiel dann kann beides das endergebnis sein dann kann das ergebnis sein na gut man arbeitet gar nichts im sinne von man ist trotzdem fertig am ende woche weil man viel zeit in irgendwas hinein gebracht hat aber es keine ergebnisse hat klarerweise weil man ja keinen rahmen dafür gesetzt hat was muss ich eigentlich machen was ist eben essential sozusagen was muss ich machen was ist weniger wichtig und genau das gleiche auf der anderen seite finde ich wo man dann eben nicht im blick hat dass man sich zu viel aufgehalst hat sozusagen und wieder nicht das essentielle und das wichtige und ich habe irgendwie das gefühl dass man beides sehr gut abdecken könnte oder kann eben mit der idee eine to do liste wobei ich jetzt kein notwendigerweise großer fan davon bin einfach nur eine to do liste zu haben und vielleicht können wir darüber nachdenken wie man das denn besser managen kann also das wäre so meine erste spontane idee dass man es damit lösen könnte oder zumindest das problem ein bisschen wie soll ich sagen eingrenzen könnte ja glaube ich schon und alles was du gesagt hast ist viel dabei weil allein die erkenntnis glaube ich dass man dann nach wenigen ja sagen wir mal wenigen wochen drauf kommt dass es viel zu viel ist ist ja eigentlich schon finde ich sehr gut und das zeigt eben dass es gut ist über sachen nachzudenken es zeigt dass es gut ist so ein journaling zu betreiben wo man einfach relativ schnell und ich würde jetzt fast wenn man das in ein paar wochen feststellt noch immer eigentlich aus schnell erkennen dann feststellt okay dass das ist zu viel einfach das ist nicht dauerhaft und nachhaltig durchführbar weil ich glaube schon dass es da einige kandidaten sozusagen gibt die mehr oder weniger ihr halbes leben lang zu viel arbeiten und dann wahrscheinlich mit herzinfarkt und sonstigen sachen dann davon gerade so überrascht sind ja warum sie das jetzt haben und ich glaube das ist einmal der erste punkt der sehr wichtig ist und einmal zu sagen okay mach das mal und finde es einmal für dich raus ist natürlich jetzt noch keine lösung aber es ist auch oft einmal wichtig das problem als solches zu erkennen und auch zu beschreiben also da bin ich ehrlich sehr glücklich geradezu dass das auf der ecke einmal gut funktioniert hat das mit der to-do-liste jetzt selber ja ist natürlich schon spannend da ein bisschen nachzudenken und zu sagen habe ich quasi alle meine dinge so im griff oder 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 vor augen dass sie dass sie mich wohin leiten zum beispiel und da muss ich sagen ich glaube da ist noch immer zu viel zum beispiel im kopf herinnen da gibt es diese wunderbaren ideen von ken newport wo er das irgendwie auf quartals und wochenpläne herunterbricht genau die funktionieren ausgezeichnet gut muss ich sagen das einzige problem ist nur manchmal wenn du halt leider gerade nicht es verwendest zum beispiel weil du halt wieder mal so ein klassiker nach dem urlaub zurückgekommen bist und dann irgendwie vergessen hast da was dein tool war und also da würde ich nämlich gleich einhaken weil ich glaube nämlich bei dem punkt ist das was man also ich glaube da merkt man wieso wir so oft von rahmen sprechen weil nämlich der rahmen des ja mache quasi ein quartals plan ist schon für viele und ich glaube da würde ich mich jetzt in meinem arbeitsfeld mit einschließen einfach überhaupt nicht machbar weil einfach die arbeit nicht so funktioniert dass ich quasi diese quartals monats und dann wochenpläne machen kann weil er so funktioniert eben nicht also da hängen viele andere menschen dran an arbeitsprozessen oder projekte haben dann irgendwie vor und nachlaufzeit bis sie dann wirklich abgeschlossen sind das heißt in meinem fall beziehungsweise glaube ich auch in vielen anderen fällen bringt die rahmensetzung überhaupt nichts ist schon wieder zu spezifisch und deswegen kann ich das super nachvollziehen dass du sagst naja man muss es halt man muss es halt machen oder wenn man es nicht macht ist nicht gut aber gleichzeitig muss man schon auch sagen deswegen reden wir so viel von reflektieren und halt den rahmen erstmal verstehen weil das ist eben mit sowas könnte ich eben nichts anfangen dass ich quasi dieser quartals monat und wochenplan habe weil es in meine arbeit nicht passt ich würde aber gerne zur ehrenrettung ausrücken vom quartalsplan ich glaube wenn man das ganze mehr sieht als sozusagen zielvorstellungen es wäre jetzt toll zum beispiel wenn ich ich sage jetzt irgendwas meine homepage überarbeite in diesem quartal und ich glaube das kann natürlich noch immer passieren dass ich dann prioritäten verschieben und man sagt naja für das habe ich jetzt gar keine zeit mehr und das geht so nicht mehr aber prinzipiell glaube ich schon dass das etwas ist was was sehr gut möglich ist in dieser zeit das zu tun ja und dann nicht sozusagen zu sagen naja ich habe jetzt diese und diese tätigkeit in dem zeitraum sondern eben zu sagen naja das ist das ziel das das möchte ich jetzt erreichen wenn ich sozusagen am ende dieser drei monate bin dann wäre es toll wenn meine neue homepage weiß nicht dieses und jenes feature hat zum beispiel oder überhaupt existiert ja ja das stimmt also so so kann ich das argument auch mehr nachvollziehen wenn es vielleicht wieder auf einem auf einem anderen level angesetzt ist diese diese pläne wobei ich meine das ist ich glaube das hast du jetzt besser gesagt weil du hast nämlich ziele gesagt und ich glaube da macht das wieder mehr sinn das als 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 leitlinie oder als ziel eben zu sehen was sollte in den nächsten drei monaten passieren und was auch ganz wichtig angesprochen hast ist dass sich prioritäten natürlich verschieben können das ist glaube ich auch eine eine sache aber vielleicht noch mal zum zum anfang zurück dass wir da vielleicht auch noch andere ideen entwickeln können weil wir haben ja quasi dieses stichwort to do listen quasi genannt und dann natürlich diese calp newport idee aber ich glaube das ist tatsächlich ein sehr wesentliches tool weil wir schon mal von tools eben gesprochen haben dass das ganz wichtig ist zu wissen welche es gibt und wie sie auf einen halt selber passen und ich finde das glaube ich also da gibt es noch zu wenig reflexion individuell drüber weil man ja ganz oft natürlich wie wir das ja immer wieder ansprechen gerade in der letzten folge zum beispiel was um onboarding gegangen ist da haben wir genau davon gesprochen vielleicht hat das unternehmen oder vielleicht haben die projekte schon eigene arbeitsprozesse die man dann quasi lernen muss weil ja ist halt so ja es gibt dann irgendwie schulfix oder one on ones und dann muss man sich ja um die quasi herum planen sozusagen die arbeit das heißt das ist eine bestimmte infrastruktur sozusagen ist gegeben in die man hineinkommt und da ist aber eben der der schlüssel dass man das glaube ich ganz ganz wesentlich noch mal für sich selber eben reflektieren muss was man denn braucht und ich weiß gar nicht ob es so viel bringt irgendwie konkrete sachen zu nennen weil es halt einfach so spezifisch sein kann auch eben wie du gesagt dass auf die auf die auf den eigenen charakter oder auf die eigene persönlichkeit ja weil wenn man länger vielleicht eben als als wissensarbeiter oder halt in projekten arbeitet dann lernt man gezwungenermaßen so viele to do listen management konzept systeme tools wie auch immer kennen dass ja klar könnten wir aufzählen weil es nicht ein camp an bord mit irgendwie to do dann und have to do oder was weiß ich da gibt es ja unendlich viele die die auf unterschiedlichen konzepten aufbauen oder halt eine standard to do liste die an den kalender gebunden ist und die ich dann jeden tag dann anschaue also es ist glaube ich für uns eher die spannende frage wie reflektiere ich eben die eigenen arbeitsprozesse und wie passe ich dann die für mich sinnvoll nutzbare liste an weil ich glaube dass man sowas definitiv einbauen muss eben deswegen wie du es am anfang schon eingeleitet hast dass man nicht hinten rum auf einmal im burnout endet ja und das ist quasi eine wirklich eine proaktive sache die man glaube ich angeben muss lass mich die kiste noch mal ein bisschen weiter aufmachen weil auf der einen seite habe ich gestern einen freund getroffen der auch gemeint hat er tut sich gerade nicht so leicht irgendwie quasi die die arbeit und und unterzubringen und und dann das stresst ihn ein bisschen hat er gemeint und dann dann wirkt sich das aus auf die kinder und dann dann das tagt ihm nicht so und ich möchte es ein bisschen verbinden mit dem was du vor unserem gespräch heute erwähnt hast dass man einfach darauf schauen kann ich weiß ja müsste wie auch immer du das gesagt hast auf die hobbys zum beispiel zurückkommend und ich habe auch ihm gesagt wie es dann eigentlich ausschaut ob er zum beispiel das schafft an einem tag nach der arbeit zum beispiel oder in der mittagspause oder wie auch immer einfach mal ein halbes stündchen oder ein stündchen raus zu gehen und ein bisschen er wohnt eher im land ein bisschen nicht spazieren zu gehen dort in der gegend oder so und dann hat er gemeint naja schafft er jetzt eigentlich gerade nicht so derzeit und ich persönlich muss auch sagen also abgesehen davon dass ich jetzt zum glück wieder ins gym gehe ist das halt auch schwierig teilweise also es wird sicher helfen nach der arbeit zum beispiel eben regelmäßig sozusagen diese diese kleine runde draußen zu drehen die halt irgendwie vielleicht eine stunde braucht oder so oder halt er hat auch noch den sozialen kontakt erwähnt er hat auch gemeint wo er jetzt wohnt ist natürlich ein bisschen einsam weil es eher weiter draußen ist und er merkt einfach dass ihm der soziale kontakt da draußen auch ein bisschen abgeht der sozusagen außerhalb der familie stattfindet und ich glaube das wäre wichtig irgendwie auf das nochmal einzugehen ja also ich meine definitiv ich würde das sogar als absolut das muss bezeichnen dass man ein hobby hat und ich meine gibt es natürlich unterschiedliche ebenen wie man wie man das thema angehen kann aber vielleicht hinten rum gesehen wäre für mich die einfache argumentation bei dieser hobby geschichte ist eben wenn man ein hobby hat dass man tatsächlich ernst nimmt und das sind vielleicht begriffe die sich so ein bisschen schlagen weil wenn es ein hobby ist kann man es dann ernst nehmen weil es ist ja quasi ein hobby ich weiß jetzt nicht wie es im im duden genau definiert ist oder wie das verständnis ist aber ich glaube wenn man hobby sagt dann denken die meisten menschen daran ja ja das ist halt etwas was man eben das was nicht arbeit ist und dass man hin und wieder mal macht aber quasi wir reden ja konkret von einem einem eine ausgleichsaktivität sagen wir nicht hobby dazu sagen wir ausgleichsaktivität weil dann macht das gesamtbild irgendwie viel mehr sinn und der punkt ist ja dass du das ja tatsächlich ernst nehmen muss weil es ja eben eine ausgleichsaktivität ist das heißt wenn das zum beispiel geplant ist und wir gehen ja davon aus dass man ja auch seinen arbeitstag in gewissermaßen planen kann also dass man weiß wann beginne ich wann mache ich eben mein shut down journal wo ich genau weiß ich höre zu dem zeitpunkt auf was ja auch ganz ganz wichtig ist haben wir auch schon oft gesagt und was passiert danach also wo kann ich diese diese ausgleichsaktivität wirklich einplanen und das ist eben also ich habe deswegen gemeint hintenrum weil nämlich viele andere probleme und anfangsstrichen dann nicht mehr auftauchen weil ich ja schon diese ausgleichsaktivität eingeplant habe in den tag das heißt das ist nicht etwas das mal und mal kommt sondern eben wie du gesagt hast ja das kann sein eine halbe stunde irgendwie in den wald zu gehen und man muss das ja nicht mal dann irgendwie overthinken wie man so schön auf englisch sagt ich meine man kann sich auch sehr wohl ein audiobuch mitnehmen und in der halben stunde audiobuch hören also es geht ja nicht darum dass man jetzt irgendwie hardcore achtsamkeit betreibt und den wald aufnimmt was natürlich auch schön ist und bringt viele vorteile also das will ich jetzt gar nicht irgendwie schmälern die wirksamkeit davon aber die idee ist ja eben dass es eine ausgleichsaktivität im tag gibt die halt neben der arbeit steht und wie wir es ja immer wieder sagen also es gibt ja arbeit und leben also es ist nicht nur ist nicht nur leben und es ist nicht nur arbeit und deswegen ist es eigentlich spannend dass so mitzudenken dass das wirklich teil des tages ist irgendwie absolut absolut ich glaube das gehört auch dazu und ich habe jetzt auch wieder diese woche gemerkt und vielleicht noch mal auf diesen teil von von arbeit noch mal mehr einzugehen dass ich war im büro diese woche öfters und ich habe einfach gemerkt dass ich mir schwer im büro erstens den fokus aufzubauen den ich zu hause habe ich habe gemerkt dass es schwer ist die effizienz aufzubauen die ich zu hause habe und gleichzeitig du gerade oder wahrscheinlich gerade deswegen habe ich dann mehr gearbeitet von der zeit her ich war komplett fertig wie ich dann am abend in die u-bahn eingestiegen bin und nach hause gefahren bin und an der summe war es natürlich extrem unbefriedigend das ganze und und die frage ist jetzt natürlich schafft man es irgendwie sozusagen diesen erfolgreichen diese erfolgreiche art zu arbeiten vom home office mit ins büro zu nehmen und das dort auch entsprechend zu zu leben sozusagen mit den pausen mit den deep work sessions mit fokussierter arbeit oder sagt man dass das ist sehr schwierig von den rahmenbedingungen also zum beispiel wenn du ein einzelbüro hast ist es wahrscheinlich leichter als wenn du das nicht hast wenn du einfach mit mit sieben anderen im großraumbüro sitzt ist das halt super schwer aber auch zum beispiel eben das ende war nicht so leicht irgendwie einzuhalten ich bin jedes mal wesentlich länger eben gesessen als ich das sonst vielleicht getan hätte wahrscheinlich aus dem gefühl heraus dass ich sozusagen mein übliches pensum noch nicht noch nicht fertig hatte ich glaube dass das war wahrscheinlich ein grund davon ja ja finde ich also gibt unheimlich viele punkte die ich sehr interessant finde über die man eben nachdenken muss weil natürlich diese diese frage von home office zu normalen office ist ja ist natürlich eine riesen frage die glaube ich sowieso uns noch lange beschäftigen wird und wir ja auch durch diese letzten ja was nicht 16 17 18 monate schon so ein bisschen on the fly wie man so schön sagt gelernt haben aber natürlich noch nicht wirklich alles durchblickt haben ich glaube da gibt es die die paar wenigen menschen oder vielleicht unternehmen oder wie man das auch sagen möchte bei denen home office halbwegs normal war aber dort und das ist ja der der wesentliche punkt dort ist halt die unternehmens- und die arbeitskultur schon mittlerweile so eingearbeitet dass es klar ist welche ich sage jetzt wieder infrastruktur man braucht damit man erfolgreich arbeiten kann also da gab es natürlich weniger probleme aber für den für ich glaube die die größte größten teil der der menschen für die war das neu nämlich gezwungenermaßen nicht diesen diese auswärtsmöglichkeit zu haben dass man eben ins büro geht und jetzt sind wir halt an so einer phase wo man dann eben überlegen muss und das ist eigentlich ganz spannend dass du das so gesagt hast dass man den vergleich jetzt hat mit unter anführungsstrichen guten arbeiten zu hause und jetzt versucht man natürlich auch wieder im büro unter anführungsstrichen gut zu arbeiten und wenn man schon den schritt machen kann dass man merkt naja gut das ist aber jetzt nicht das gleiche oder es fühlt sich schlechter an oder irgendwas ist anders dann ist man eigentlich schon auf dem richtigen weg klarerweise weil man dann zumindest das reflektiert hat auf welche ebene man irgendwas erfolgreich gemacht hat oder nicht und ich finde da ist natürlich der erste punkt natürlich irgendwie herauszufinden welche parameter für die erfolgreiche arbeit irgendwie zu hause gegolten haben und wieso die nicht mehr im büro machbar sind ich meine wieder gesagt das deep work ist natürlich auch der klassiker und das haben wir auch schon gesagt dass das ja eigentlich am allerschönsten wäre wenn das so eine unternehmenskultur geschichte ist dass es immer heißt jeden tag von 10 bis 11 30 gibt es für alle deep work einheiten und jeder kann quasi daran arbeiten was er möchte weil wir dann eben nicht in diesen teufelsgeist kommen dass man in einem großartigen büro sitzt und dann ist zwei menschen hier rechts machen deep work zwei menschen links sind aber gerade in einer telefon konferenz und der dritte bekommt weiß nicht alle zehn minuten dann auch noch mal anrufe ja das ist ja ein das ist ja das für keinen dann gut oder vor allem nicht für die die natürlich also das die bergen machen wollen und das wäre natürlich so eine schöne lösung dass quasi alle die bergen alle können ihre messaging dienste abdrehen alle können die e-mails abdrehen und dann kann man natürlich da schön arbeiten das ist natürlich ein bisschen utopisch aber zumindest sind das ja schritte an denen man einfach sich heran arbeiten kann eben zu reflektieren was sind die parameter die dort funktioniert haben und die aber hier fehlen also dass das finde ich eigentlich ganz als ersten schritt natürlich super wichtig ja voll und ich glaube man merkt da ja auch sofort wie wichtig dieses design von oder architektur ich weiß gar nicht was da das richtigere wort ist von bürofläche ist also es gibt ja diesen trend jetzt schon seit einiger zeit immer wieder hat noch mehr ins großraum büro zu gehen und ja ich meine klar war das früher auch ein bisschen komisch wo jeder sozusagen seine sein einzelnes büro hatte wo dann ein riesen gang mit ewigen türen ist ich kenne ein paar büros die so ausschauen interessante geschichte auch auch komisch aber ich glaube die die das richtige wäre so ein mittelding aus dem was es ja oft in modernen büros gibt wenn es nicht eingespart wird am ende des tages also wo man zum beispiel durchaus solche inseln hat wo man gemeinsam eben arbeitet aber wo es natürlich genug rückzugsmöglichkeiten gibt zum beispiel so telefon zählen sage ich jetzt nenne ich jetzt einfach mal was auf wirkliche mini räume sind wo nur so eine kleine ablage ist wo man sein laptop und vielleicht ein notizbuch hinlegen kann um dann eben dort und und das möglichst schaltig sozusagen um dort in aller ruhe telefonieren zu können und viel wichtiger die anderen dabei aber jetzt nicht eine stunde lang komplett zu irritieren wenn man eben in einer telefonkonferenz oder sonst wo sitzt und und sachen bespricht und eben auch ausreichende besprechungsmöglichkeiten was wieder die frage ist möchte man das auf die art und weise aber aber nichtsdestotrotz kann man nicht einfach sagen so wir sitzen jetzt alle beieinander und jetzt jetzt wird alles super jetzt haben wir freie kommunikation da ist wahrscheinlich viel zu viel an kommunikation was wiederum lärm erzeugt und ich glaube schon das lärm auch halt ein massiv also ich glaube sehr captain ob es hier ein totaler stressfaktor halt einfach darstellt für viele viele ich meine es gibt vielleicht ein paar hyposoziale denen das total taugt und die das brauchen aber ich glaube viele andere haben einfach ein problem damit wenn das so eine ewige lautstärke ist die man kaum weg bekommt so dass man sich konzentrieren kann ja was ich wo ich vielleicht noch mal zurückkommen wollen würde weil nämlich diese die frage nach quasi ausgleichsaktivitäten wie hobbys und sowas ich glaube das müssen wir nicht jetzt irgendwie weiter ausführen und vor allem nicht die frage wie wählt man ein hobby aus und wie ernst und anführungsstrichen müssen wir das nehmen das ist quasi nicht die thematik weil selbst die ich glaube selbst die menschen die schon irgendwie fünf minuten vor dem burnout sind werden bestätigen können ja ja stimmt ausgleichsaktivitäten sind super wichtig und ja trotzdem wie gesagt zehn minuten später halb im krankenhaus wegen burnout also da es liegt ja nicht am bewusstsein dass das nicht wichtig wäre eine ausgleichsaktivität neben der arbeit zu haben aber ich glaube die spannende frage ist ja vielmehr dass wie manager ich alles dass es nicht so weit kommt weil nämlich die frage hast du ja quasi mit der hast du eigentlich eingeleitet dass okay man hat quasi diese diese reflektionsschritt schon gemacht okay dass irgendwas passt nicht also eben wie wir es ja immer wieder sagen ja das ist ja das schöne zum beispiel ein tagebuch schreiben oder ein shut down journal dass ich immer wieder diesen loop habe oder dieses review einer woche eines tages habe wo ich dann vielleicht merken könnte und wieder das schöne ist ja dann und da haben wir auch nicht unlängst eine eine folge über journaling gemacht wo glaube ich der wesentliche punkt nämlich war dass man das nur für sich selber schreibt das heißt man kann mit sich selber auch durchaus ehrlich sein und dann eben sagen die woche ich war fertig ich bin müde ich habe das gefühl ich habe nicht gearbeitet weil genau darum geht es also das muss man für sich selber machen und da beginnt ja dann diese interessante entwicklungsprozess dass wenn ich merke nach dieser woche okay irgendwas passt nicht ich war müde ich habe nicht so viel gearbeitet was kann ich dann machen und ich glaube das ist ja das wo wir vielleicht jetzt eher darauf hin könnten mit was was mache ich danach was ist wenn ich diese reflektionsschritte schon durchlaufen habe und meine nächste überlegung ist ja okay wie 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 ich sage jetzt mal grob bekämpfe ich dieses problem sozusagen also wie kann ich das wieder in einen einklang bringen also arbeit und leben in einklang bringen sozusagen ich glaube auch dass es das sicher dass der richtige weg dazu hin ist und dann vielleicht kommt es auch ein bisschen auf das zurück haben wir glaube ich auch schon mal erwähnt in so einem privaten gespräch wo es einfach jordan peterson würde sagen du musst irgendwie ein bisschen mehr verantwortung in dein leben hinein bringen kann man auch glaube ich online schon mal hier erwähnt einfach um sozusagen aus diesem trott heraus zu kommen der dich einfach begleitet aus der arbeit heraus und der deinem leben dann vielleicht dazu ist ein bisschen philosophisch dann auch mehr einfach mehr sinn gibt zum beispiel na wenn du einfach irgendwie in dir spürst da gibt es einfach mehr für das es sich lohnt irgendwie zu tun oder oder mehr für dass es sich lohnt eben diese von dir angesprochenen ausgleichs beschäftigungen zu suchen zu finden und dann aber auch eben umzusetzen und zu tun um da sozusagen aus diesem gefühl heraus zu kommen okay eine woche hart gearbeitet bin komplett fertig aber was jetzt anders ist als vorige woche bin ich mir nicht so ganz sicher ja was glaube ich auch interessant ist das das hat mit euch auch schon mal so ein bisschen angesprochen ist dass man eben auch ganz ganz wesentlich vielleicht passt das passt wieder zu dieser to do listen fahne nämlich man muss einfach wissen auf welche art und weise man seinen eigenen arbeitsfortschritt evaluiert sei ich jetzt mal grob weil dann kommt man natürlich also das führt ja wieder genau zu diesem reflexions schritten dass ich dann am ende der woche sagen kann na gut habe ich jetzt tatsächlich eben also diese essentielle essentialism was du ja auch in dem dem buch oft erwähnt hast habe ich tatsächlich sinnvolle und anfangsstrichen arbeit gemacht oder habe ich zu viel davon gemacht habe ich zu wenig davon gemacht aber das also dazu ist es halt unheimlich wichtig dass man überhaupt eine evolution ebene findet für die eigene arbeit weil ich glaube damit gibt es ja auch schon riesen probleme und deswegen ist ja auch immer wo wir dann diesen diesen witz dann sagen soll ja ich meine klar kannst du zehn stunden durcharbeiten aber du könntest auch nur neun stunden durcharbeiten und eine stunde yoga machen und das wird wahrscheinlich in dieser in dem prozentsatz des erfolgreichen arbeitens wird sich vermutlich sehr sehr wenig tun in dieser einen stunde die du weniger in die arbeit gesteckt hast weil ja kein mensch ist so effizient dass du das dann wirklich über zehn stunden durchziehen kannst nicht nur über neun aber nur so als rechnung da sind wir nämlich schon automatisch bei des ausgleichs aktivität ist ja okay ja du hast dann neun stunden gearbeitet aber dafür hast du eine stunde etwas anderes machen können und du hast aber trotzdem diesen rahmen von zehn stunden genommen aber es ist dazu natürlich unheimlich wichtig zu wissen wie evaluiere ich das was ich überhaupt arbeite weil sonst komme ich ja nie in diese reflektionsschleife hinein dass ich mir denke oder sagen kann ja stimmt das war jetzt ein bisschen zu viel es ist so ja das muss man erstmal wissen wo die baseline ist irgendwie ja ich glaube aber dass du mit dem shut down schön ein gutes ein gutes handwerksteug schon sozusagen postuliert worden ist wo einfach nochmal die fragen aufgeworfen werden was habe ich gut getan diese woche oder heute was ist was ist mir gelungen die frage was möchte ich ändern für morgen also was möchte ich mir sozusagen morgen nochmal vergegenwärtigen um etwas bisschen anderes zu tun und jetzt muss man mit der ersten frage nochmal helfen wofür bin ich dankbar war ja so der erste genau 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 danke wofür bin ich dankbar richtig und um das sozusagen in ein bisschen ein rundes gebinde sozusagen hinein zu gießen und letztendlich gilt natürlich auch unser unser satz der ersten stunde das ist soll einen rahmen darstellen und wenn man das gefühl hat dass das diese drei fragen decken es noch nicht ab für das was man eigentlich möchte dann einfach sich selber zu erlauben und auch auch zu tun die her zu gehen und zu sagen okay ich möchte mich regelmäßig mir noch eine andere frage stellen und ich glaube damit kannst du so viel anträgern im im kopf wollte ich jetzt im weitesten sinn sagen wobei ich weiß es gar nicht ich glaube das ist dann so ein ding was aus dem unterbewusstsein sozusagen ein bisschen mehr ins bewusstsein hinaufwandern kann wenn du dir regelmäßig solche fragen große fragen eigentlich im wesentlichen stellst damit du damit du dann dort vielleicht einen schritt weiter kommst ja und ich würde sogar argumentieren weil das natürlich sehr einfach ist dass als 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 stolperstein sozusagen einzuwerfen ist das ja aber ich muss zehn stunden arbeiten weil ja was auch immer sonst wird irgendwas nicht fertig oder weiß nicht die welt brennt nieder oder keine ahnung es gibt ja unendlich viele argumente die man sich das den fingern sagen kann wieso man unbedingt zehn stunden im büro sitzen muss ja aber und da ist nämlich auch dieses shutter und schön so eine schöne geschichte weil nämlich es auch überhaupt kein problem ist dann zu sagen ja okay dann ist kannst du auch nach deinem zehn stunden arbeitstag ein shutter und schön machen und dann wirst du ganz ganz schnell feststellen dass diese zehn stunden eben nicht notwendig sind weil eben wenn du dann ehrlich mit dir bist und dann eben reinschreibst wofür bin ich dankbar und dann weiß nicht steht 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 oder gar nicht das dankbar oder was habe ich geschafft oder was möchte ich ändern und dann steht drinnen ja ja eigentlich habe ich alles geschafft und was möchte ich ändern ja also ja wie auch immer was dann drin steht aber quasi als vorbereitung auf den nächsten tag wird man früher später feststellen na gut diese zehn stunden die ich da im büro war sind eigentlich gar nicht so notwendig weil also dass das ist kein edit benefit wie man so schön sagt auf englisch sondern ja also vielleicht ändert sich dann ganz schnell was bei diesem wofür bin ich dankbar wenn man dann auf einmal merkt man ja eigentlich bin ich für sehr wenig dankbar weil ich zehn stunden im büro sitze ist sozusagen und da kann man ja dann dem entgegenwirken weil unser erstes unser erstes tool war zudem dass man sich halt einen ganz bestimmten zeitpunkt nimmt an dem man sagt da höre ich auf zu arbeiten und das ist natürlich das einfachste gegenwärtig aber das geht nicht weil dann kommt irgendwas neues rein und dann muss ich das auch noch machen und ja okay damit kann man arbeiten ja dann nehmen wir das quasi mit und dann dann hör halt irgendwann mal auf wenn du glaubst dass du fertig bist aber dann schreibt das Shutdown-Journal und dann werden wir ganz schnell sehen ob dieses zusätzlich alles noch annehmen ob das wirklich sinnvoll ist oder ob es nicht besser wäre zu sagen na jeden tag um 17.30 ist bei mir schluss und um 17.15 setze ich mich in mein Shutdown-Journal schreiben und das ist ja eben das schöne an diesem reflektieren und an diesem diesen tagesreviews weil ich dann sehr schnell auch diese patterns dann einfach merke wo ich dann auf einmal drin hänge weil wie gesagt also das ist finde ich dass das einfachste gegenargument was dann kommt ist nein aber ich muss aber ich muss einfach zehn stunden da sein weil ja weil okay dann schreibt das ist weil mal eine woche lang in dein Shutdown-Journal und dann werden wir sehen wie wichtig das ist weil dann noch sein wird ja ich finde das was du sagst ist ja auch einer der Grundprämissen oder der Grundaussagen wichtigsten Aussagen von diesem Buch Essentialism weil er sagt ja einfach wenn du sozusagen das alles auf dich zukommen lässt und bei jedem Ja sagst du und alles sozusagen tust was irgendwer der nur das andeutet dass er das gern hat hat die Chance dass du damit glücklich wirst ist nicht super groß die Chance dass du das alles schaffst ist auch nicht so groß und die Chance dass du aber dich viel zu sehr aufteilst mit deinem mit deiner Zeit deinem Fokus und deinem was du schaffen kannst es ist auch zu groß und dann kommt dieses unbefriedigende Gefühl heraus dass du das nicht geschafft hast also dass du oder zu wenig geschafft hast etc was dann wiederum dich halt irgendwie stresst unglücklich macht und dafür sorgt dass du vielleicht wiederum einen neuen Grund gefunden hast warum du ja eigentlich nicht noch viel mehr arbeiten solltest und ich habe mir jetzt gerade gedacht wie es gelingen könnte das Ownership von Jocko irgendwie zu verbinden mit dem Essentialism und ich glaube man könnte das schon so ausdrücken dass man sagt wenn du Verantwortung übernimmst was dieses Ownership im weitesten Sinne auf Deutsch glaube ich hieß dann heißt es ja auch du übernimmst eben gerade damit Verantwortung indem du Sachen klar kommunizierst und ablehnst und sagst Leute das geht nicht oder kann ich nicht oder will ich nicht weil ich viel wichtigere Dinge gerade zu tun habe die für uns und für mich und für alles was wir hier tun wesentlich wichtiger sind und deswegen tue ich sozusagen berechtigter Maßen ablehnen weil ich damit einfach am Ende des Tages viel mehr voranbringen werde und Erfolg haben werde als wenn ich einfach nur bei allem Ja und Amen sag und ich glaube das gehört auch zu dieser Verantwortung dazu dass es nicht heißt du sollst einfach alles was in deinen Weg geflogen kommt annehmen und so best gut wie möglich erledigen sondern auch an den richtigen Stellen zu sagen nein das geht so nicht oder das kann ich oder will ich nicht Was mir da noch einfällt ist auch eine eine mir fällt ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt und mir ist der Name tatsächlich nicht eingefallen eine auch eine Art von Drandling oder von Tagebuch schreiben die wo glaube ich Tim Ferriss ganz ganz viel drüber geschrieben hat auch was natürlich auch in diesen ganzen mental Gesundheitsgeschichten ein großes großer Punkt ist oder eigentlich auch aus der stolzischen Philosophie glaube ich ein bisschen kommt nämlich dass man ein ein Tagebuch führt oder Einträge darüber macht als quasi was das Schlimmste ist was passieren könnte in der und der Situation und das passt ja sehr gut genau zu diesem nein sagen können weil nämlich bevor man sofort ja sagt ist vielleicht die erste Frage die man beantworten muss okay was ist das aller Schlimmste was passieren kann wenn ich das jetzt nicht sofort mache dass mir jemand quasi aufträgt und das kommt dann natürlich auch in genau diese Verantwortungsfrage rein die du gesagt hast ist das es heißt ja nicht dass man sofort alles ablehnen muss was einem in Zukunft vorgelegt wird sondern da geht es eben darum die Verantwortung für die eigenen Entscheidungen übernehmen zu können und wenn man sich wieder diesen Reflexionsschritt zuerst hernimmt und sagt okay was ist das aller Schlimmste wenn ich das nicht mache und da will ich sogar noch eins da auflegen der wesentliche Punkt ist ja glaube ich bei der Frage die wir in der Folge jetzt besprechen was ist das aller Schlimmste was passieren kann wenn ich die Arbeit nicht heute noch mache und das ist natürlich wieder ein ganz ein ganz anderer Kontext weil darum geht's ja wenn wenn du um 17.30 fertig sein möchtest und irgendjemand bringt dir um 17 Uhr irgendwas Neues dann muss man sich die Frage stellen was ist das aller Schlimmste was passieren kann wenn ich das nicht heute noch mache und dann bis 19 Uhr hier sitze sondern ja okay dann mache ich das vielleicht morgen was ist das aller Schlimmste was passieren kann dann wird sich in den meisten Fällen herausstellen okay ist eigentlich überhaupt kein Problem und ich kann ganz normal um 17.15 mein Shutdown-Channel schreiben um 17.30 sagen auf Wiedersehen ich habe andere Dinge zu tun also das finde ich auch eigentlich einen ganz interessanten Punkt als um eben diesen Reflexions dieser Reflexionsschleife halt noch mal anzustoßen weil eben es geht nicht um ablehnen es geht nicht um nie irgendwas arbeiten zu wollen sondern es geht darum Verantwortung für sämtliche Prozesse die einem betreffen zu übernehmen das ist glaube ich ganz wichtig das hast du nochmal gut zusammengefasst ja und ich glaube dass wir damit auch jetzt schon einige Punkte gefunden haben die vielleicht dabei helfen können es erstens einmal zu erkennen ich glaube dieses Erkennen und Wahrnehmen ist ganz wichtiger Schritt weil ohne dem eh klar geht gar nichts und dann ist es einfach nur so ein dumpfes Gefühl der Unzufriedenheit oder Ärger oder Wut oder wie auch immer du das halt für dich dann ausdrückst und gleichzeitig wenn du feststellst es ist der Fall haben wir jetzt schon ein paar Werkzeuge sozusagen genannt die prinzipiell mal erfolgsversprechend klingen auf dieser Ebene wo natürlich wieder jeder einfach für sich rausfinden muss was es denn ist ja für den einen mag eben massiv helfen dass er rausgeht in den wie du es genannt hast in den Wald und ein bisschen spazieren geht für den anderen mag sein dass er sich aufs Rad setzt und dort ein bisschen den Kopf ausschaltet oder laufen ist natürlich für viele auch so ein Klassiker auf dieser Ebene aber auch Verantwortung in einem Hobby zu übernehmen oder halt auch im Rahmen einer möglichen Familie oder was es da für Möglichkeiten gibt um sozusagen durchaus die Balance zwischen wir sagen Arbeit und Leben aber dieses Leben durchaus auch auf das Podest zu heben und einfach für sich auch da wieder die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen hey du musst auch auf dich schauen du musst auch schauen dass das in Summe einfach in einem Load ist und dass du sicher auch dann eben in der Arbeit die beste Leistung bringen kannst wenn du gut drauf bist gut ausgeglichen bist und da einfach viel auf die Beine stellen kannst Ich würde noch einen Satz noch hinten dran aus dem einen Stichwort das du genannt hast nämlich Leistung bringen in der Arbeit ich glaube das ist ganz ganz wichtig sich das wirklich ins Bewusstsein zu holen dass man ja Leistung auch im Leben sinnvoll abrufen möchte Also ich möchte ja quasi für meine Familie und Freunde entsprechend da sein können ich möchte ja für meine körperliche Gesundheit entsprechend da sein können also es ist ja glaube ich etwas das sowohl in der Arbeit als auch eben im Leben wichtig ist und diese Leistung kann man halt nur abrufen wenn man sich dem Ganzen bewusst wird und die Verantwortung dafür übernimmt wie das auch gelingen kann also es ist glaube ich noch ganz wichtig rauszuheben dass das für beides zählt Ja absolut absolut ja sehr schön sehr schön ja hast du einen schönen Schlusspunkt noch gesetzt für diese für diese Folge bin ich sehr gut und ja ich werde persönlich natürlich jetzt weiter dranbleiben weiter schauen welche Maßnahmen sozusagen Erfolgsversprechen sind und vielleicht können wir das ja nochmal aufgreifen in einer in einer neuen Folge Auf jeden Fall ja Ja dann bedanke ich mich fürs Zuschauen hören und auch fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal